Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit einer bisschen anderen Art. Und zwar, ja, kennt ihr wahrscheinlich das Video, was gerade auch läuft, Abwand mit Autos, was ich schon vor einigen Monaten geforstet habe. Jetzt geht es um ein Gewinnspiel von einem Kriegel und zwar gibt es ein Starter-Kate zu gewinnen. Das Ding da, in dem Paket sind 10 Teile der Strecke, weil das Starter-Kate, wie gesagt, die verschiedenen Strecken, Baumöglichkeiten, hier oben nochmal, zeige ich es dir nochmal auf. Ja, das Ganze ist zu gewinnen und zwar habe ich mir gedacht, dass ich das auf Instagram, die es mal mache, wer es noch nicht gefollowed hat, natürlich, wird auch nochmal in der Infobox ein Ding stehen, ist Slash Kevin TV Hobby. Und ja, das Ganze findet, wie gesagt, auf Instagram statt. Ich habe mir gedacht, ihr postet einfach die lustigsten, weirdest Faces, die ihr machen könnt, so wie ihr das von mir gewohnt seid, wenn ich einen Stream an haue oder sowas. Mit den Ads quasi KevinTV und Anki-De. Ich suche mir dann das beste Face, das lustigste Face aus und ja, das wird quasi der Gewinner dann sein. Das Ganze wird natürlich verpostet. Ich werde das Verpost dann euch zuschicken. Wir klären das ab per Instagram direkt oder wie auch immer das Ding heißt. Jetzt mal, um das zusammenzufassen, was ihr machen müsst, um das Gewinnspiel zu gewinnen, um das Starterkick zu gewinnen. Und zwar solltet ihr ein lustiges, sehr komisches Gesicht auf Instagram posten, mit den Verlinkungen zu mir, also at KevinTV und zu dem deutschen Anki-Channel at Anki-De. Ihr habt ganze drei Tage Zeit ab jetzt, mir die lustigsten Gesichter zu posten. Dann nach drei Tagen werde ich das lustigste, das beste Gesicht auswählen und den Link dann per Instagram direkt anschreiben und die ganzen Daten klären und in das Paket zuschicken. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos in der Infobox unten. Und zwar die Teilnahmebedingungen, mein Instagram, die Anki-Page, der Link zu meinem älteren Video für Anki und und und. Natürlich auch noch der Link zum Verkauf des Starterkits. Ja.